Hallo Susi, weil mich dein Podcast so begeistert, möchte ich dir mal ein kleines Feedback geben. Erst kurz meine Geschichte. Vor nun fast anderthalb Jahren bin ich auf der Arbeit zusammengebrochen. Ich war erst seit einem Jahr an diesem Job und der Stress, der dort herrschte, brachte mein Fass schließlich zum Überlaufen. Mein Körper setzte einfach einen Punkt und verweigerte mir jegliches Handeln. Seit vielen Monaten konnte ich nicht mehr, ich war dauererschöpft, konnte nicht mehr schlafen, war durch einen Wimpernschlag auf die Palme zu bringen, depressiv und kapselte mich von meiner Umwelt ab. Ich wusste, dass es nicht mehr lange gut gehen würde, aber machte weiter, weil alle haben ja Stress. Zuvor hatte ich zwei Jahre im Ausland gelebt, dort viele verschiedene Jobs gehabt, noch ein Studium begonnen und meine Beziehung war auch noch daran zu zerbrechen. Der Umzug ins Ausland war eigentlich auch nur eine erneute Flucht vor meinem Leben in Deutschland. Seit einem Jahr bin ich nun bereits in Therapie und heute beginne ich das große Ganze zu verstehen und gestehe mir zum ersten Mal in meinem Leben ein, dass ich eine schwierige Kindheit hatte und dass das für mich die Wurzel allen Übels war. Ich habe immer noch so viel aufzuarbeiten und an mir zu arbeiten, aber ich sehe auch Fortschritte, arbeite wieder in meinem vorherigen Job und unterrichte Englisch, wenn auch viel weniger als früher. Dein Podcast hilft mir total, meine Gedanken zu sortieren, immer wieder zu mir zurückzukommen, meine Probleme ernst zu nehmen, aber auch positiv in die Zukunft zu sehen. In deinen Erfahrungen kann ich mich oft gut wiederfinden, das hilft mir, meine Probleme anzunehmen. Der Bezug zum Ayurveda hilft mir auch noch einmal, meine Situation ganzheitlich zu betrachten und nachzuvollziehen. Du hattest mal angekündigt, dass du Folgen veröffentlichen würdest, in denen es darum gehen soll, wie man sich von Personen lösen kann oder wie man mit Personen umgehen kann, die einem nicht gut tun, denen man aber nahesteht. Im Besonderen auch Familienmitglieder. Das ist im Moment mein großes Thema und ich bin schon gespannt auf Anregungen von dir. Ich danke dir vielmals für deinen Podcast und hoffe, dass ich noch unzählige Folgen von dir hören werde. Beste Grüße, Anita. Liebe Anita, hab tausend Dank für dein Feedback. Diese und die nächste wird wohl deine Folge sein. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Wenn du schon eine Weile meinem Podcast lauscht, dann weißt du, dass ich normalerweise viel darüber spreche, dass das Leben voller Möglichkeiten steckt. Denn du kannst echt vieles ändern, wenn du nur hin und wieder deinen Blickwinkel wechselst und dich dann dafür entscheidest, die Dinge zu ändern. Heute geht es aber zur Abwechslung mal um etwas, was sich keiner von uns aussuchen kann. Die lieben Eltern. Eigentlich geht es, etwas weiter gefasst, um die Menschen, die dir am nächsten stehen, mit denen du aufgewachsen bist, von denen du vermittelt bekommen hast, wie das Leben läuft und was wichtig ist, damit man da gut durchkommt. Naja, und in den meisten Fällen sind das die Eltern. Manchmal sind es auch die Großeltern oder Tanten oder Onkels oder so. Also, wenn ich in dieser Folge von Eltern spreche, meine ich eben diese Personengruppe. In der heutigen und in der nächsten Folge geht es übrigens nicht darum, wie sie dich geprägt haben, warum sie so sind, wie sie sind oder warum du so bist, wie du bist. Das habe ich ja in der ersten Staffel in Folge 4 und in Folge 6 schon ausführlich erklärt, glaube ich. Und wie die Erziehung, die du genossen hast, später dein Selbstbild und deine beruflichen Erfolge geformt hat, hast du in Bonus Folge 5 auch schon erfahren. Diese Folgen bilden die Grundlage für alles, was du heute und beim nächsten Mal von mir hören wirst. Was das Thema Burnout und soziales Umfeld angeht, ist der Umgang mit, in Anführungsstrichen, schwierigen Eltern die absolute Königsdisziplin. Und deswegen probiere ich es heute mal mit einer interaktiven Folge, in der du ein wenig mit Stift und Papier mitarbeiten kannst. Vielleicht geht es dir ja so wie ganz vielen anderen, die den Burnout-Prozess durchschreiten. Du hast angefangen, an dem einen oder anderen Rädchen zu schrauben in deinem Alltag. Du versuchst, dir mehr Freiraum zu schaffen, dich zu entspannen. Vielleicht hast du sogar deinen Job gewechselt oder dich krankschreiben lassen oder so. Und du findest mehr und mehr heraus, was dir gut tut und was nicht. Woher deine Ängste kommen oder wie du geduldiger mit dir selbst und anderen werden kannst. Und irgendwo auf diesem Weg stolperst du über die Ansichten deines engsten Umfeldes. Dass diesen Weg nicht geht und ihn deswegen auch manchmal so gar nicht nachvollziehen kann. Wie zum Beispiel deine Eltern, die in einer ganz anderen Zeit groß geworden sind, die eine ganz andere Wahrnehmung haben vom heutigen Arbeitsmarkt, dem Internet, der Kindererziehung als du. Eltern, die zum Beispiel Ängste haben, die du vielleicht auch hast und an denen du dich seit Wochen oder Monaten abarbeitest, um sie in den Griff zu kriegen. Eltern, die dir genau diese, nämlich ihre Ängste, immer und immer wieder überstülpen wollen. Vielleicht gehörst du auch zu den vielen Leuten, die sich gerade im engsten Familienkreis permanenten Vorwürfen, harscher Kritik und übergriffigen Verhalten ausgesetzt sehen und scheinbar einfach nichts richtig machen können. Und vielleicht kennst auch du das Gefühl, nie den Ansprüchen deiner Familie gerecht werden zu können oder auch das Gefühl, dass sie dich einfach nicht hören oder dich gar nicht hören wollen. Und je länger du deinen Weg aus dem Burnout gehst, umso klarer wird der Blick auf das, was war, als du Kind warst und auf das, was heute so abläuft bei dir und auch bei ihnen. Pass auf, damit wir den gleichen Ausgangspunkt haben, möchte ich jetzt nochmal was wiederholen, was ich schon echt oft in diesem Podcast gesagt habe. Du bist ja erwachsen. Du bist also nicht mehr abhängig von ihnen, wie du es als Kind warst. Was sie von dir und den Dingen, die du tust, denken, ist bei Weitem nicht mehr so gewichtig wie früher. Theoretisch bestimmst du ganz allein, ob du etwas tun oder lassen möchtest, worauf du stolz sein kannst. Und theoretisch und objektiv betrachtet, können deine Eltern dir also nichts mehr. Denn sie können dich dafür nicht mehr bestrafen, selbst wenn sie nicht einverstanden sind. Und sie können dich auch nicht aufhalten. Womit wir es hier also zu tun haben, mal ganz nüchtern und rational betrachtet, sind erstmal einfach nur verschiedene Wertvorstellungen oder Vorstellungen vom Leben allgemein, die sich begegnen oder auch regelrecht aufeinanderprallen, wenn du sonntags zum Kaffee bei deinen Eltern vorbeischaust. Nämlich deine und ihre. Warum ist es eigentlich so, dass Kritik und Vorwürfe unserer Eltern uns so viel stärker treffen, als von jeder anderen Person? Und warum gehen wir oftmals so viel härter mit unseren Eltern oder andersrum mit unseren Kindern ins Gericht als mit Freunden oder Arbeitskollegen? Weil wir so sehr verbunden sind, dass das Fehlverhalten, wieder in Anführungsstrichen, unserer Eltern oder eben das der eigenen Kinder sich anfühlt, als wäre es ein bisschen unser eigenes. Weil wir Angst haben, sie leiden zu sehen. Weil sie Angst haben, uns leiden zu sehen. Weil sie sich verantwortlich für uns fühlen, egal wie alt wir sind. Und weil wir uns verantwortlich für sie fühlen, egal wie alt sie sind. Meistens stehen also gar keine bösen Absichten hinter diesem kritischen, übergriffigen Verhalten, sondern nur der tiefe Wunsch, einen geliebten Menschen so leben zu sehen, wie ich glaube, dass es richtig ist und ihm keinen Ärger einbringt. Lass uns auch das so festhalten. Die meisten Eltern oder Onkels, Tanten, Brüder und Schwestern wollen nur das Beste für dich. Nee. Warte. Lass es mich präzisieren. Da du allein am besten weißt, was das Beste für dich ist, immerhin bist du ja erwachsen, wollen die meisten Eltern, Onkels, Tanten, Brüder und so weiter nur, was sie aus ihrer Sicht und ihrer Lebenserfahrung glauben, was das Beste für dich ist. Und daraus ergibt sich schon mein erster Tipp für heute, wie du mit überkritischen, übergriffigen, vorrufsvollen Eltern umgehen kannst. Wenn sie dich mal wieder mit irgendwas triggern und du am liebsten ausrasten willst, erinnere dich genau daran, wahrscheinlich wollen sie nur dein Bestes. Aus ihrer Sicht, die vielleicht etwas unreflektierter ist als deine, und manchmal ziemlich weit von deiner Lebensrealität und deinen Wünschen entfernt. Es ist nicht ihre Intention, dir zu schaden. Sie wissen es einfach nicht besser. Denn sie haben sich nicht mit den gleichen Dingen beschäftigt und wirklich auseinandergesetzt, wie du in deinem Burnout-Prozess. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Mein zweiter und wichtigster Tipp in dieser Folge lautet, wenn du aus dieser Vorrufsspirale aussteigen willst, beobachte dich gut. Drück mal kurz Pause und hol dir am besten den Zettel und den Stift. Ich warte hier so lange. Hast du? Okay. Schreib dir jetzt folgende Fragen auf. Stell dir mal eben eine dieser typischen Situationen vor, die du schon hunderttausendmal gehört oder erlebt hast mit ihnen. Was genau führt denn dazu, dass es dich so trifft? Was genau vermittelt dir deine Mutter oder dein Vater mit seiner Aussage, seiner Tonlage, seinen Gesten? Und warum und wo trifft dich das so? Weil es deine tiefsten eigenen Angstpunkte berührt und verschlimmert? Fühlst du dich als Person nicht wahrgenommen, unterschätzt oder gar total verkannt? Schreib genau auf, wie du dich fühlst. Wie es sich für dich anfühlt, wie er oder sie dich behandelt. Und die nächste Frage lautet, was macht das in diesem Moment mit dir? Wie fühlst du dich danach? Und hat das am nächsten und übernächsten Tag immer noch Auswirkungen auf dein Wohlbefinden oder dein Selbstbild? Und wenn du dir alle diese Fragen beantwortet hast, leg Stift und Zettel erstmal wieder weg. Stell dir diese Ausgangssituation von eben nochmal vor und frag dich diesmal im Geist, Was ist die Überzeugung, die mein Elternteil hat, aus der heraus es sich seine Sicht auf die Dinge bildet? Welche Erfahrungen haben dazu geführt, dass es solche Aussagen trifft, diese Glaubenssätze, Ängste oder Ideale hat? Und ganz wichtig, und das ist wirklich wichtig jetzt, Glaube ich selbst, dass das, was sie mir damit vermitteln wollen, stimmt. Wenn du dich einmal aus deiner und dann aus der Perspektive deiner Eltern mit ihrem Verhalten auseinandersetzt, hast du die Möglichkeit, den Blick eines Außenstehenden auf die Situation zu bekommen. Am Ende wirst du wahrscheinlich beide Seiten ungefähr nachvollziehen können. Und das ist wichtig, weil oft in diesen Begegnungen mit in Anführungsstrichen schwierigen Eltern alles so aufgewühlt ist und so durcheinander geht und du so verletzt bist, dass es so schwer ist, das im Nachhinein zu sortieren. Jetzt, wo du das alles aufgeschrieben hast und diese Übung im Übrigen auch nach der nächsten Situation wiederholen kannst und sie konkret nochmal austesten kannst, jetzt kannst du entscheiden, ganz rational und mit dem Blick von oben auf diese tausendfach erlebte Situation, wer aus deiner erwachsenen Sicht Recht hat und wessen Ansatz sich für dich am besten eignet. Und wenn du zu dem Schluss gekommen sein solltest, dass du Recht hast, dann mach einen Haken an diese Diskussion. Du kannst deine Eltern nicht dazu zwingen, etwas einzusehen oder etwas in dir zu sehen, was sie, vielleicht aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, nicht sehen können oder wollen. Aber du kannst für dich einen Standpunkt festlegen und damit auch, ob du dieses oder jenes Thema weiterhin mit deinen Eltern diskutieren musst oder nicht. Und das wiederum kannst du ihnen beim nächsten Mal, wenn das Thema wieder aufkommt, liebevoll, kurz und knackig mitteilen. Ungefähr so. Liebe Mama, ich höre und verstehe deine Ansicht und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe jedoch eine andere Ansicht und ich habe mich jetzt fest entschieden, das auf meine Weise zu machen. Und deswegen werde ich das mit dir in Zukunft auch nicht mehr diskutieren. Denn so ist das mit Entscheidungen, die du zu deinem eigenen Besten als Erwachsener triffst. Sie sind indiskutabel, wenn du das sagst. Auch für deine Eltern. Du bist erwachsen, du bist offen für Vorschläge, aber schlussendlich bist du der Entscheider in deinem Leben. Punkt. Tipp 3 Ich habe es in Tipp 2 schon angeschnitten. Nimm noch mal kurz Zettel und Stift zur Hand und beobachte dich und dein Befinden nach dem Treffen mit deinen Eltern. Schreib dir folgendes auf. Wie fühle ich mich? Am selben Tag? Am Tag Am Tag danach? Fünf Tage danach. Wenn du feststellst, dass die Kritik oder Ängste und Vorwürfe dich länger beschäftigen und vielleicht sogar runterziehen oder zurückwerfen auf deinem Weg, fang an, anders zu planen. Plane Treffen mit ihnen nicht mehr unmittelbar vor wichtigen Daten, an denen du bei 100% deiner körperlichen und geistigen Kräfte sein musst. Angenommen, du traust dich endlich, dich bei einer Firma zu bewerben, bei der du schon immer arbeiten wolltest und du weißt, dass die Treffen mit deinen Eltern dein Selbstwertgefühl regelmäßig in den Keller rutschen lassen. Dann ist es definitiv nicht günstig, sich am Abend vor deinem Vorstellungsgespräch mit ihnen zu treffen. Wenn du weißt, dass die Treffen mit deinen Eltern dein Selbstwertgefühl regelmäßig in den Keller rutschen lassen und du gerade einen Mörderanschiss von deinem Vorgesetzten bekommen hast und am Boden zerstört bist, weil du glaubst, mal wieder alles falsch gemacht zu haben, dann sollten deine Eltern auch nicht die erste Anlaufstelle sein, wo du danach aufschlägst. Ich sage das so leicht, aber ich weiß, in der Realität ist es oft gar nicht so einfach und mit einiger Übung verbunden. Nimm dir den Zettel zur Hand, auf dem du gerade notiert hast, wie du dich manchmal fühlst, wenn der Kritikregen oder der Angstregen auf dich einprasselt. Gewissensbisse hin oder her, es sind deine Eltern und trotzdem darfst du dich abgrenzen. Und wenn du dich niedergeschlagen und wie ein Versager fühlst, nachdem du mit deinen Eltern Kontakt hattest und du emotional wieder eins auf den Deckel gekriegt hast oder all die Ängste plötzlich wieder im Raum stehen, an denen du so hart gearbeitet hast in letzter Zeit, dann erinnere dich daran, dass das normal ist und dass dieses Gefühl verschwinden wird und du wieder in deiner Mitte sein wirst, wenn er ein paar Stunden oder Tage ins Land gegangen sind. Schau nach auf deinen Zettel und du wirst lesen, wie lange es beim letzten Mal gedauert hat und dass es wieder vorbeigegangen ist. Du bist kein Versager und auch die Arbeit an deinen Ängsten war nicht umsonst. Diese Gefühle sind Symptome für eine frustrierende Begegnung. Sie werden sich von allein wieder auflösen. Kein Grund zur Beunruhigung. Tipp 4 Den halte ich kurz, denn alles, was es dazu zu sagen gibt, habe ich eigentlich schon in der zweiten Folge dieser Staffel nämlich Machtspielchen und Gefühlsduselei gesagt. Nimm dir deinen Zettel von eben wieder zur Hand. Du weißt jetzt genau, welche Gefühle du hast, wenn deine Eltern dich mit ihrer Kritik, ihren Vorwürfen, ihren Ansprüchen und Ängsten überhäufen. Freunde dich langsam, aber sicher mit dem Gedanken an, diese Gefühle auszusprechen. Zum einen haben es deine Eltern verdient, ehrlich von dir zu erfahren, wie es dir geht, wenn sie so mit dir sprechen und warum es dir so geht. Denn es wäre unfair, Groll auf sie zu hegen, wenn du nicht sicher sein kannst, dass sie wirklich verstanden oder zumindest von dir gehört haben, dass du nicht möchtest, dass sie so mit dir reden, weil es deine Ängste schürt oder dich verunsichert oder verletzt oder oder oder. vielleicht denkst du, Susi, das habe ich schon tausendmal probiert und sie hören mir nicht zu und sie ändern sich nicht und das ist total sinnlos. Was ist denn das für ein Tipp? Und ich sage dir, mach es nochmal. Mach es in einem ruhigen Moment. Nicht in einem Moment, wo alles aufgewühlt ist, wo alle schon sauer sind, wo ihr schon drei Stunden miteinander diskutiert und gestritten habt. Mach das, direkt, wenn sie wieder anfangen mit den Ängsten, den Vorwürfen, der Kritik und so weiter. Versuch, das ohne Aggression zu machen, das so zu formulieren, wie du es in der Wutfolge zum Beispiel von mir gehört hast. Versuch einfach, eine Situation herzustellen, von der du selber denkst, dass sie so am besten hören oder verstehen können, was du sagst. Vielleicht hast du gar nicht so Unrecht und vielleicht wird es nicht dazu führen, dass sie auf einmal alles erkennen und dich total verstehen und von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Verhalten ändern, was sie so seit 30, 40, 50, 60 Jahren haben. Aber für dich ist es wichtig. Für dich wird es in Zukunft, wenn du dich abgrenzen willst, super, super wichtig sein, dass du weißt, dass du es wirklich nochmal ganz rational probiert hast. Denn das ist das Einzige, was du erstmal tun kannst. Und das ist auch die Basis für alles, was ich dir in der nächsten Folge erzählen werde. Auch das Sich-Abgrenzen wird dir leichter fallen, wenn du sicher sein kannst, dass du vorher alles, was in deiner Macht stand, probiert hast. Und das ist nun mal, deinem Gegenüber mitzuteilen, wie sein Verhalten auf dich wirkt und wie du dich dabei fühlst. Okay, ich glaube, das war jetzt schon eine Menge für heute. Zeit für ein Mantra. Das Mantra der Woche. Ich darf mich abgrenzen. Mit übergriffigen, kritisierenden, vorwurfsvollen oder übermäßig ängstlichen Eltern den goldenen Mittelweg zu finden, mit ihnen eine gute Zeit zu verbringen und die unangenehmen Situationen zu minimieren, ist ein langer, langsamer Prozess, der sich absolut lohnt. Er ist am Anfang am schwersten, darüber spreche ich noch in der nächsten Folge, und wird aber mit jedem Schritt ein bisschen leichter, versprochen. Und was du tun kannst, wenn das, was ich heute vorgeschlagen habe, nicht ausreicht und weiterhin Kritik und Vorwurfsregen auf dich einprasseln, erfährst du in der nächsten Folge. Falls du in Bonusfolge 5, auf die ich am Anfang auch verwiesen habe, nochmal reinhören möchtest, habe ich sie dir im Beschreibungstext der heutigen Episode nochmal verlinkt. Dort erfährst du nicht nur einiges zum Thema Psychotherapie und Burnout, sondern auch, wie uns das Verhalten unserer Eltern uns gegenüber prägt in Bezug auf unser späteres Berufsleben. Du kannst sie dir immer noch auf Amazon oder in iTunes für 1,80 Euro downloaden. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal. Kopf hoch, Brust raus, du darfst dich abgrenzen. Deine Susi und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020